und herzlich willkommen hier bei neuen angezockt my hotel ich glaube first night heißt es ist eine prologue oder frühe beta phase von daher starten wir direkt einen new game ist auf englisch von daher mal sehen ob ich damit zurechtkomme so jetzt stehen wir hier das weiß ich schon mal dass wir hier auf zwei drücken damit wir schöner haben damit wir dieses blog nicht die ganze zeit sehen unten in bürttembergwirtschaft in october of 1951 my life changed completely right in the heart of chicago i got my uncle's hotel the griffin royal it's a huge place something i could never afford in a million years the whole situation is shadowed by something really sad he was shot dead in the hotel along with some other people i don't know his will had a strange rule i can't sell the hotel for at least 10 years and i have to live there and fix it up if i want it to really be mine the griffin royal used to be really fancy but now it just hangs over the street like a shadow of what it used to be the police told me about a bunch of break-ins after it was left empty and each time the place got more messed up i can't sell it so i have to fix it up can i bring this place back to life do i have what it takes to make it a great spot in the neighborhood again i have to start from the very beginning fixing up rooms throwing out old stuff learning all about cleaning and decorating and especially updating the lobby and the floors where guests stay and i've only got a thousand dollars is that enough to change the griffin royals future yeah we're kicking off by giving one of the hotels chambers a breath of new life gotta move these furnishings you see so here i want to be a long run also it goes with b to activate it i hope the music is not too loud Ich glaube, die können wir hier auf dem Maßnamen-Musik-Scannt-Fahrsturm-Musik-E-Habe-Hoch-We-Keep-The-Path-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We Auf 1-0-1, wie ein Hauptmann. So. Die Schrift unten nervt mich. So, aber ich mach mal ganz kurz den Master wieder hoch. Weil die Musik, die redet ja jetzt auch leiser, ne? Das ist ja blöd. So. Use for new Filmmöbel. So. Dann machen wir hier E. Dann haben wir Set Wipe Cleanroom. Eins für alles, ne? Zum Saubermachen. Komm. I'm gonna fix now. Need to pick. So. Entschuldigung. Äh, jetzt soll ich neue Möbel aufstellen? Ja, das gehört dann rein. Ein Bett bestimmt. Wir haben 1000 Dollar. Da sollten wir jetzt erstmal keine großen Sprünge machen. Nach einem Doppelbett sieht das jetzt hier nicht aus, ne? Also das Zimmer. Schrank. Oder eine Kommode. Und die hier. Dieses Rauschen habe ich übrigens auch auf dem Ohr. Das kommt vom Spiel. Ob das so gewollt ist, ob hier irgendwo Wasser läuft. I don't know. Äh, so. Ne, da würde ich eher so ein Schreibtisch. So was hier. Abgerundete Ecken. Und ein Stuhl. Sieht gut aus und ist der günstige. Da will ich noch was mehr haben. Vielleicht doch noch einen Schrank. Mal gucken. So, jetzt kann ich wieder hier lang. Auch hier, ne? Ja. So. Und jetzt sagen wir hier, der Raum ist ready. Raum 101, Class 2, Best Room Level 1. Finish. So. So, wieder runter. Die Ratten weg. Ist auch so eklig, ne? Die Ratten, die hier so rumlaufen. Aber okay. Ja, da laufen sie wieder. Guten Tag, der Herr. Wie? Ich dachte, ich muss noch das weg machen. So, dann kann ich hier. So, Herr John Smith. Unser bestes Zimmer. Das 101 ist für sie reserviert. Schönen Tag. Oh, ne. Jetzt wieder gelöscht. So. Los. Viel Spaß. Bis B. Der zieht mich aber auch richtig durch, ne? Gehe ich jetzt wieder rüber? Was ist denn jetzt hier? Upquert lobby, okay. Okay. Came across the same layout for the upper level. Reckon there's room for improvements up there, too. Oh, right. And a bar. Can't forget that. Gotta stock up on the spirits. Uncle used to ramble about keeping that bar well stocked, else the big shots might end up displeased. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Sehr leise. 10 Dollar. Äh. Ja. Ja. Das ist richtig. 10 Dollars. Vielleicht bei allen, ne? Ah, da habe ich mehr reingetan jetzt hier. Alkohol. To eat you poor Alkohol. Ah, and a clock too. Got to keep an eye on that. Uncle used to say it's a fine spot for folks to unwind by. Time just seems to ease by around it. Clock for speed up to time. Oh, welche clock die mal, welche Uhr? Ah, da. Okay. Book to more guests. Okay, soll ich zwei Gäste? Ok, da sitzt einer. Die Ratten lassen sich stören, ne? Die sind allerhand zahm. Können wir jetzt ein zweites Zimmer fertig machen, oder? Ich probate mal, dass wir das hinkriegen. So, das erste haben wir hier vorne. Dann sollten wir das zweite auch hier machen, dass wir hier... Build back clean up. Das könnte hier schon ein Doppelzimmer werden, finde ich, oder? Ich denke, dass auch so ein Schrank ausreicht. Komm mal hier hin. Schon gedreht, glaube ich. Einmal ein Doppelzimmer, oder das Fenster, oder das Ding, ne? Ja. Und das Fenster, oder das Ding, ne? Ja. Jetzt noch einen Stuhl hinstellen. Das ist jetzt kein Renovator-Spiel, ne? Und das ist jetzt nicht mehr gefühlt. Sondern sagen wir nicht, dass immer das mit dem anderen muss ich das reinigen. Nö. Gut, das war hier vorne, glaube ich, hier. Mal gucken, mal, dass das hier... Close. Mal gucken, ob wir jetzt das zweite Zimmer schon haben. Das hat natürlich bei dem anderen Hotelspiel länger gedauert, bis die ersten Zimmer wieder... Aber hier rennen noch die Ratten rum. Das scheint aber nicht allen zu stören. So. Guten Tag, Miss. Und jetzt kann er da. Aber wir haben zwei Zimmer. Genau, 102 Hammer kostet Akua hier Price 23, und das andere sogar nur 21, okay. Ich gucke mir mal vor, wenn hier keiner kommt, ne? Oh, die Ratten fahren auf zu. Nicht schlecht. Wie geht es, wie der? Das muss... Wie geht es, wie der? Ich kann nichts machen. Ich hoffe, ich bin jetzt gut. Ich sitze schon so lange hier. Wir haben oben eine Bar, da können Sie auch was trinken. Also wie gesagt, hier ist jetzt keiner. Können wir ein neues Upgrade ziehen? Wahrscheinlich nicht. Gibt es dann oben ein Update für die Etage? Lass mal die Karte finden. Gibt es einfach keine. Okay, dann bleibt das so. Vielleicht gehört das alles zur Lobby, kann natürlich auch sein. Da würde ich noch mal vorspulen, ne? Komm, stimmt erst am nächsten Tag dann. Bei Check-In ist ja immer erst später so. So, Smith ist jetzt aus dem Zimmer, das ist schon mal gut. Kann ich hier unten auch reinigen? Ne, da kann ich nicht reinigen. Oh, das ist auch abgereist, okay. Ich glaube, er hat gezahlt. Ah, geht ein bisschen auf Rechnung. Da ist 7 Uhr. Ach, da oben, guck mal, da sehen wir uns. 7 Uhr an Reise. Da kommt jemand. Ah, schön, ne? Wie da vorne noch die Straßenbahn lang fährt. Ich muss schon sagen, das Leben in der Bude, aber zum Glück vor der Bude. So, mal gucken. Ich muss noch ein paar Ratten fallen gehen. Ah, gut. Ohne Gepäck, die Dame. Wie Frau Mirellas. Nee, Miralis. Allein reisend? Dann kriegen Sie unser schönstes Zimmer. Vier Tage. Wir freuen uns. Viel Spaß. Netten Aufenthalt. Streiteln Sie die Ratten bitte nicht zu sehr. So, okay. Aber auch keine Anreise mehr, ne? Ah, ich glaube, da kommt wieder jemand. Ich glaube, das heißt, dass wir auf der Uhr, ne? Da eher genau, 3 Uhr kommt wieder jemand. Dann warten wir hier schon mal. Unser Zimmer ist bereit. Ich kann das mal höher ein bisschen. Und auch Geld verdienen, ne? Also grafisch ist es erst mal nicht der Börder, ne? Renovierung, na ja. Ja. Aber mal gucken. Vielleicht ist es ja was mit Wirtschaft und dass das da in die Tiefe geht. 3 Uhr nachts ist. So lange wird auch die Demo nicht gehen. Deswegen werde ich nochmal die Folge verlängern, ne? Dass wir hier nochmal zumindest jetzt die Aufgaben noch 1, 2 machen. Hm. So. Wir hätten natürlich auch noch ein Zimmer fertig machen können. Aber ich glaube, das wäre finanziell nicht gegangen, oder? Ein einfaches Zimmer vielleicht aber. mal. Guck mal da. Da wird echt ne Ratte gefahren. wo schmeiße ich die jetzt hin bisschen Mülleimer draußen kann ich schon mal nicht aufessen geht auch nicht ach, lassen sie sich nicht stören die Dame ich bin hier in die Ecke gekommen ich komme hier drüben rein hin ich bin hier direkt hier in den Weg ok ich bin bereit und kommt da jemand da sollte doch jemand kommen 18 Uhr ich habe auf jeden Fall schon wieder eine Ratte jetzt mal alle in die Ecke ich weiß nicht was damit passiert da kann ich mal hier hinten noch eine hin ok jetzt kommt niemand ne ein paar Ratten kommen oder so auf 12 da kommt niemand ein Zimmer haben wir noch frei genau sehr schön netten Abend halt Zwillinge Schwester ist auch schon da sie sitzt da die reden nicht miteinander die haben glaube ich Streit deswegen auch die getrennten Zimmer so wir machen jedenfalls noch ein Zimmer fertig weil vorher kann ja eh ich fahre mit ich fahre mit sag ich dich jetzt zwei nicht so zwei äh ok einmal Kanalschacht das funktioniert schon mal machen wir das dritte Zimmer auf der Seite noch fertig mal gucken äh clean up was so ähm so ähm ein Bett wieder ein Doppelbett rein dann stellen wir hier so hin dann können wir das Schreibtisch cool schwieriger jetzt ne wir machen mal lieber ich glaub der Schrank den hat er vor uns vermisst so jetzt aber 14 Dollar ich hoffe dass es freigeben hallo raus da das Zimmer ist vermietet und da wie gerade ich hab da noch Dreck gefunden so hier auch ok man muss die Wände reinigen wenn jemand gewohnt hat das ist natürlich dann schwierig so so sehr schön so gerade müssen wir oben auch mal aufstellen hier das Ding gucken ob wir das Zimmer auch freigeschaltet bekommen oder ob wir da mehr brauchen haben ach guck mal hier zwei Chairs ein Sofa will wir oben hier haben ok ok mal runter vielleicht kommt hier jemand da kann man nicht viel machen aber die Stadt ist wunderschön ja 13 ok da ist nichts drin ok eine mit nach oben vielleicht können wir die oben hinsetzen wenn ich vielleicht wir können so ein bisschen bestimmt hier draußen hier ich habe da was vor ich hingetan so also bett und links ist richtig zwei stühle und sofa wäre noch gut gewesen aber okay es funktioniert auf jeden fall sollte eigentlich vor insiders englische reingefallene aber so ist noch eine maus in ratte hier da nehmen wir noch eine mit hoch hat der anreist als gäste würde ich jetzt in mir einpacken aber okay kann man ein bisschen zeit spulen denke ich so auch geld verdienen so halten sich fest ich spule vor die dame 24 hier gewesen nichts wie talk to the policeman die polis mir hier ok Ich spute hervor bis zu dem Ereignis hier und da sind Policeman hoch. Policeman? Ach, der wird aber angeschlichen. So. Reden wir jetzt? Okay. 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 das war es so wenig noch so wie wieder rein hier stehens was stehens stuhl ok chairs zwei sofa 1 ist ein stein ich weiß nicht ob wir es jetzt gemacht haben oder nicht runter und damit beende ich das angezockt erst mal wie gesagt vielleicht schauen wir uns das spiel mal anders rauskommt bis jetzt ja es ist nicht wirklich dass ich mich vom hocker rot man kann das zimmer vergeben das können renovieren aber ihr könnt ja gerne mal euer feedback schreiben und zwar da fühlen sie auf jeden fall wohl die ratten sind ja jetzt weg zumindest hier unten und daher ich da auch noch hatten falle irgendwo an der mich dann umgebracht und daher sehen wir uns wieder zu einem neuen spiel einem neuen angezockt und mal sehen ob es das spiel schafft in ein let's play zu enden ich freue mich auf euch bis dahin